So, jetzt gehen wir aber ins Bett, ne? Jo. Ab ins Bett. Ja, da fressen wir noch den Wurm. So, und dann wird noch ein bisschen was getrunken. Zähne putzen. Du gehst auf, Zähne putzen. Und die Füße waschen. So, und da ist das Schlafzimmer. Hopp, 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 hopp. Hopp. Nee. Hopp. Rein da. Und du auch. Ab dafür. Sag mal, geht ihr wohl da rein? Schlafenszeit. Tür zu. Gute Nacht.